Okay, News 17. Bei mir ist die Cordula. Cordula, magst du dich bitte einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Cordula Watzinski, Diplom-Sportlehrin, habe damals in Bochum studiert, dann den Zusatzschwinngang Prävention und Rehabilitation gemacht und bin jetzt so vier, fünf Jahre schon hier in Freden in der ambulanten Reha tätig. Ganz genau. Ambulante Reha ist unser Gesprächsschwerpunkt. Was bedeutet ambulante Reha? Was ist da deine Aufgabenmache hier aktuell? Ambulante Reha allgemein bedeutet erstmal, dass die Patienten zu uns kommen, so grob vier Stunden, sich in der Anlage aufhalten. Ich bin schwerpunktmäßig auf der MTT, das heißt Medizinische Trainingstherapie. Und ja, da werden die Patienten dann von mir medizinisch-therapeutisch betreut. Betreut. Okay, das heißt für mich als Außenstehender, wir kennen Rehabilitation eigentlich stationär, also Bad Oeynhausen, Bad Irgendwie was. Das heißt also, statt jetzt nach Bad Oeynhausen zu fahren, nach einer Operation, nach einem Eingriff, kann ich auch zu euch kommen, zu dir kommen? Genau. Wir haben auch einen Shuttle-Dienst, das heißt die Patienten werden teilweise abgeholt von zu Hause, werden in die ambulante Reha hier gebracht und dann durchlaufen sie ihr Programm und werden nachher wieder nach Hause gebracht. Also der einzige Unterschied ist, ich schlafe nicht in einer ambulanten, also in einer stationären Reha irgendwo in einem Zimmer, sondern ich kann zu Hause bleiben und mache im Prinzip die Therapie dann bei euch. Ja. Jetzt sagst du medizinische Trainingstherapie. Boah, ich bin doch gerade frisch operiert, da kann ich doch nicht trainieren oder doch? Doch, das geht ganz gut. Ja, wir haben viele Knie- und Hüftpatienten, die schon nach 10, 12, 14 Tagen bei uns beginnen und Fahrradfahren, leichtes Gerätetraining können die direkt mit starten. Okay, jetzt sagst du Knie- und Hüftpatienten, was sind das für Patienten, die da kommen? Haben wir eigentlich, altersmäßig Kniehüfte sind meist etwas älteren. Wir haben auch viele jüngere Patienten mit Bandscheiben, OPs oder Konservativbandscheiben. Okay, also Hüft- und Kniepatienten heißt Endoprothetik, dann nehme ich da raus? Das heißt, wenn ich einen Kniegelenkersatz bekomme oder einen Hüftgelenkersatz bekomme, dann ist oft die stationäre Reha indiziert und statt da hinzufahren, kommen die zu euch. Ja, genau. Was machen die denn dann? Also jetzt, ich stelle mir das so vor, das ist ja ein schwerer Eingriff und ich sehe die eigentlich ja immer an den zwei Unterarm-G-Stützen, so heißen die ja bekanntlicherweise, und dann sollen die trainieren? Ja, also es ist auch das Schöne an meinem Beruf, finde ich, das heißt, die kommen tatsächlich mit Unterarm-G-Stützen, verbringen dann drei Wochen bei uns, das heißt, 15 Therapietage haben sie in der Regel und viele gehen dann tatsächlich auch nach drei Wochen ohne G-Stützen wieder aus der Reha raus. Und das ist halt ganz schön, so ein Erfolg auch zu sehen. Ja, prima. Ich glaube, wir machen gleich mal einen Sprung, das können wir ruhig allen verraten, wir zeichnen das gleich mal auf, weil das ist natürlich immer spannend zu sehen, was Sie da machen. Also ich würde dann vorschlagen, dass wir gleich mal rübergehen und dann erklärst du uns mal so ein paar Geräte. Wie muss ich mir den Unterschied vorstellen? Jetzt komme ich an zwei Unterarm-G-Stützen, habe ein operiertes Knie. Wo ist denn da der Unterschied zu einem Otto-Normal-Verbraucher wie mich? Ich gehöre jetzt hier zur Silberhaar-Fraktion, da macht das Training ja auch Sinn. Wo sind da Unterschiede? Was müsst ihr da anders machen, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier im Gesundheitszentrum? Ja, wir müssen halt erstmal gucken, wie ist der Patient zurecht. Das heißt, bei vielen Knie-Patienten, Hüftpatienten fehlt erstmal die Beweglichkeit noch. Das heißt, wir fangen erstmal leicht mit Fahrradfahren an oder Motorschiene, dass wir Bewegung reinbekommen. Okay. Und gehen dann an die Geräte und fangen mit moderaten Gewichten an, wieder Kraft aufzubauen, damit sie halt auch gehen können nachher. In der Frage für mich, was heißt moderates Gewicht? Also wenn ich hier zum Beispiel mein Bein trainiere, da habe ich glaube ich 20 Kilo da drauf und dann trainiere ich meinen Oberschenkel. Also wollen wir mal einen Vergleich dazu, wie sieht das dann drüben bei euch aus? Ja, die haben erstmal Minimalgewicht, wir haben auch den neuen Milon-Zirkel, das heißt, da ist isokinetisches Training möglich. Das heißt, sie trainieren erstmal ohne Gewicht, das heißt, jeder Patient bewegt so, wie er kann. Und die Geräte passen sich dementsprechend der Kraft an. Okay. Und damit ist schon mal ganz früh Mobilisierung eigentlich möglich. Prima. Wie sieht so ein Ablauf aus, wenn ich jetzt reinkomme? Ja, erster Tag, kommen meine beiden Unterarm-G-Stützen mit meiner Knie-Operation. Wie sieht so ein Ablauf aus bei dir auf der Trainingsfläche? Ja, die Patienten kommen dann erstmal rein mit ihrer Mappe, wo sie ihre Diagnosezettel drin haben. Und dann werden sie von uns aufgenommen, das heißt, ich erstelle für diesen Patienten einen Trainingsplan. Da kommt die Diagnose drauf, was er eventuell darf, was nicht, Vollbelastung oder auch manchmal nicht. Okay. Und dann wird kurz mit dem Patienten noch gesprochen, was an Schmerzen da ist, Vorerkrankungen und so weiter. Und dann fangen wir eigentlich meistens mit dem Fahrradfahren oder Laufband, langsames Gehen an. Und gehen dann Gerät für Gerät, was dann innerhalb der drei Wochen halt gesteigert wird. Okay, ich habe einen festen Plan, den ich durchlaufe, das habe ich verstanden. Jetzt hast du ein Stichwort für mich gesagt. Also ich erinnere mich daran, mein Senior hat also auch ein künstliches Knie bekommen. Der hatte schon am Anfang mächtig Schmerzen. Jetzt sagst du, wir fragen auch nach dem Schmerzzustand. Jetzt habe ich ja noch ein schmerzendes Knie, da kann ich trotzdem trainieren? Ja, das muss auch sein. Ich sage mal, Schmerzen haben die fast alle noch, die kommen. Aber man muss dann trotzdem schon mal langsam bewegen, damit auch was passiert dann in der Struktur. Okay, das heißt also, schonen bei Schmerzen ist kein guter Tipp. Nein. Was kann da passieren, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eigentlich zu viele Schmerzen. Und da würde ich das natürlich gerne vermeiden. Was wäre so eine Konsequenz, wenn ich sage, ich schone eigentlich meine Knieoperation viel zu lange? Ja, das könnte natürlich passieren. Zum einen kriegen sie natürlich keine Kraft. Das heißt, die werden immer an ihren Gehstützen weitergehen müssen. Und die Beweglichkeit kann natürlich letztendlich dann auch eingeschränkt bleiben. Das heißt, sie müssen schon früh sehen, dass auch mehr Beweglichkeit reinkommt, damit sie nachher im Alltag wieder ihre normale Beugungsstreckung auch haben. Ich glaube, das kann man sich draußen ganz gut vorstellen. Ich habe ein schmerzendes Knie, was mache ich? Ich schone es. So, und wenn ich jetzt nach so einer Operation eben nicht die volle Streckung und volle Beugung habe, sagst du, okay, da müssen wir früh ran. Sonst habe ich eventuell eine Einschränkung. Ich kann das Knie hinterher gar nicht mehr so weit strecken. Was würde das für einen Alltag bedeuten? Wenn ich jetzt im schlechtesten Fall wirklich keine ambulante Reha habe, wie sieht das dann aus? Also wie sieht ein schlecht therapierter oder nicht nachbehandelter Patient aus im Vergleich zu einem, den ihr jetzt drei Wochen, vier Wochen bei euch habt? Ja, ich denke allgemein, wenn natürlich die Streckung oder die Beugung gerade fehlt, ist so Alltagssachen wie Fahrradfahren, normales Gehen, Spazierengehen, wird natürlich alles nur eingeschränkt möglich sein. Ja. Was dann zur Folge hat, dass man irgendwann Hüftprobleme, Rückenprobleme hat, weil die ganze Statik ja irgendwo nicht mehr passt. Da hat man dann gewöhnt sich ein Gangbild an, was dann nicht mehr in Ordnung ist. Genau, solche Humpeln sozusagen, ich habe Schmerzen im Knie, wir hinken auf der einen Seite und wenn ich das verstärkst, sagst du, gibt es einfach noch weitere Folgeprobleme, Hüfte, Schulter, Nacken und so weiter. Okay, wir gucken uns jetzt mal so einen Durchlauf an mit den einzelnen Geräten. Wie könnt ihr den Patienten tatsächlich entlassen nach den drei, vier Wochen? Wir hatten gerade diese Bewegungseinschränkungen gesagt und Fahrradfahren ist, glaube ich, für die Münzler ein zentraler Punkt. Beschreib mal, wie kommen die rein und vor allen Dingen am Ende, wie ist so das Altersleben, wie kommen die wieder raus? Ja, wir haben viele, die auch wirklich nach drei Wochen ohne Stützen ein sauberes Gangbild haben, die dann aber trotzdem noch weitermachen, um einfach den Muskelaufbau noch weiterzumachen. Der ist natürlich in drei Wochen nicht perfekt. Ah ja, okay. Das heißt, die nehmen auch teilweise an unseren Nachsorgeprogrammen teil oder gehen in unsere Standorte, die wir halt verteilt haben und gucken, dass sie da halt ein regelmäßiges Training weiter mitmachen. Genau, ein Nachsorgeprogramm ist mir jetzt ganz wichtig. Wir nennen mal den Begriff T-Rena und I-Rena. Einfach nur mal als Begrifflichkeit. Ich werde am Ende mal Kontaktpartner dafür anbieten, um zu sagen, nach drei, vier Wochen ist es eben noch nicht fertig. Ihr müsst noch ein bisschen weitermachen. Eine spannende Sache habe ich gesehen, die sitzen auf so einem speziellen Fahrrad. Ja. Das beschreibt doch mal, das gucken wir uns gleich mal an. Speziell für unsere Kniepatienten haben wir da ein spezielles Fahrrad und da können wir halt die Pedalen etwas kürzen. Das heißt, wenn die jetzt nur mit 90 oder 95 Grad Beugung nach der OP zu uns kommen, können wir die Kurbel erst mal kürzen. Das heißt, sie können auch direkt Fahrrad fahren. Und ja, meistens nach ein, zwei Wochen haben sie dann aber auch ihre 110 Beugung, dass sie dann normal wieder auf das Fahrrad können. Ja, toll. Also das heißt also, ich bin soweit alterstaugt. Ich kann das erstmal meine Unterarm-Gehstützen wegstellen. Durch dieses spezielle Fahrrad wird die Beweglichkeit immer besser. Und wir können den Aussicht stellen, dass nach den vier Wochen das Fahrradfahren irgendwann wieder möglich wird. So, was empfiehlst du denn jetzt, wenn die fertig sind? Wie viel Zeit muss ich mir denn am Ende nehmen, um zu sagen, naja, nach vier Wochen bin ich eben noch nicht austherapiert, wie du gerade erwähnt hast. Was muss denn da noch folgen? Denn ich weiß es auch aus der Familie, da war nach der Operation und nach der Physiotherapie erst mal Schluss. Was würdest du sagen, ist eigentlich ein guter Weg? Was kannst du da noch zu empfehlen? Auf jeden Fall, dass die ein-, zweimal die Woche weiter Muskelaufbau machen. Viel Bewegung. Dann, Fahrradfahren ist natürlich bei vielen noch nach einem Monat schwierig draußen, weil einfach die Sicherheit nicht da ist. Das heißt, wenn man mal in eine Situation kommt, wo man absteigen muss, muss man halt sicher auf das Knie oder das neue Gelenk auch stehen können. Da sollte man ein bisschen vorsichtiger bei der älteren Generation sein. Okay. Und dann lieber erst mal in so einem Fitnessstudio ein bisschen was machen. Also auf jeden Fall weiter trainieren. Auf jeden Fall. Also das Alter schützt da nicht vor Schaden nicht. Also auch mit 70, 75 oder 80 macht es auf jeden Fall Sinn, ein dosiertes medizinisches Training durchzuführen. Ja, prima. Ja, ich habe da erst mal keine Fragen. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Sachen bei dir auf der Trainingsfläche an. Wenn noch Fragen sind, E-Mail-Adresse wird gleich eingeblendet und dann können Sie sich an uns wenden. Prima. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie es ist mit dem Knie-Tab. Das heißt, der Patient kann sein Knie jetzt noch nicht komplett beugen, sondern ist so bei etwas über 90 Grad. Und einmal Stopp, bitte. Dann kann ich hier die Pedale etwas kürzen und damit hat er jetzt die Möglichkeit, mit einer geringeren Beugung auch schon Fahrrad zu fahren. Er kann den Fuß noch etwas mittig draufsetzen, dann hat er es noch ein bisschen angenehmer und kann dann da halt bis an seine Beugegrenze, wo er im Moment steht, trampeln. Und diese Pedale können wir dann innerhalb der Wochen, wenn es besser wird von der Beugung, immer mit anpassen. Okay. Das ist der Shuttle. Da kommen die Patienten auch direkt vom ersten Tag an drauf. Das heißt, hier haben wir auch keine Gewichte. Wir arbeiten mit Gummizügen. Das heißt, wir können das erstmal ganz leicht stellen. Und der Patient kann hier direkt erstmal mit beiden Füßen arbeiten. Wenn das gut geht, einmal Stopp, bitte. Können wir das auch etwas leichter machen. Er nimmt das gesunde Bein runter. Das ist jetzt mal diesen. Und dann kann er auch mal nur das operierte Bein mit ganz leichtem Gummizug, so gut es geht, schon mal trainieren. Das sind jetzt drei Gummizüge. Das wäre so bei etwas über 20 Kilo. Können auch noch etwas weniger nehmen. Das heißt, wenn wir zwei Gummizüge haben, sind wir so bei 15 Kilo. Und das ist eigentlich ganz gut für jeden auch zu schaffen am Anfang. Das heißt, er trainiert jetzt schon mal so ein bisschen sein Oberschenkel und die Wade und bewegt vor allen Dingen das Gelenk. Okay, da haben wir hier noch die Standbeinphase, was ganz wichtig auch für die Patienten ist, damit die Sicherheit bekommen. Das heißt, wir legen hier so ein kleines Hindernis hin. Der Patient bleibt auf dem operierten Bein stehen. Mit dem gesunden Gehen einfach mal ganz leicht rüber, tippen auf, also wenn wir einen Schritt machen wollen und ziehen zurück. Das heißt, dass die Belastung erst mal nur auf dem operierten Bein ist und das so ein bisschen Sicherheit bekommt. Das ist so die erste Stufe. Wenn das gut klappt, machen wir das nachher ohne Stützen und wenn es noch besser geht, auf wackeligem Untergrund, auf Weichbödenmatten oder sonstiges. Gut, hier haben wir das Wackelbrett. Da machen die Patienten jetzt so ein bisschen Stabilitätstraining, Koordinationstraining drauf. Das heißt, wir müssen versuchen, das Brett schön gerade zu halten. Bei den etwas noch nicht so sicheren Patienten stellen wir das immer vor die Heizung, dass sie sich etwas festhalten können. und dann wird so ein bisschen die Stabilität trainiert. Gut, hier haben wir die Motorschiene. Da legen wir die Patienten drauf, die halt ganz schlechte Beugung haben. Das heißt, sie kommen teilweise mit 70 Grad Beugung nur. Die Motorschiene können wir dann individuell einstellen. Das heißt, die fährt langsam hoch. Das Knie wird langsam dabei gebeugt. Und wenn der Patient dann sagt, ist Stopp, es tut zu weh, können wir es anhalten. Okay, bis dahin wird es gespeichert. Wir können die Motorschiene anstellen. Und dann fährt die je nachdem, Viertelstunde, 20 Minuten, immer nur bis zur Beugung. Wir haben jetzt 67 Grad. Fährt sie rauf und runter und mobilisiert so das Knie. Ja. Und dann fährt sie rauf. Vielen Dank.